So, dann holen wir uns mal die nächste Insel. Mopsgeschwindigkeit. So? Mhm. Wie, das dauert noch 50 Sekunden hier. Dummdi, dummdi, dumm. Schneller. Ich hoffe, dass es nicht Inseln gibt, die dann 3 Kilometer, 30 Millionen Kilometer auseinander sind. Hast du es jetzt? Du bist doch angeblich jetzt schon da. Ja. Ja? Ja. 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 Sollte ja passen. Was? Einschließen. Ja, abdocken? Warum nicht? Dürfen wir noch nicht, oder wie? Hat er gleich keinen Sprit mehr? Da hinten haben wir auch ein böses Loch drin. Ich will nicht unterstützen. Hallo, abdocken. Ihr seid doch ausgerüstet. Ach, jetzt. Das ist gut. Er kann erst mal da bleiben. Wo bist du? Ah, bist du? Äh, wie war das so? Ja, hier. Notfall bewegen, unterstützen. Ich fahr vor. So, wo kommen wir denn hier an Land? So, hier regnet's. Den anderen müssen wir gleich wieder nachholen. Uh. Oh. 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 Legt euch nicht mit mir an. Was? Wer? Ich war am Kämpfen. Hm. Da stand Defense schwach. Hm. Hm. Ach, halt die Klappe, ich krieg eh nicht mit, was du da oben laberst. Machen wir es eben so. Ja, Baba. Ich war das nicht? Nein. Ich doch nicht. Ah, da bist du. Der gibt mir den Wegmarker. Da hinten. Bäm. Bäm. Geht das Teil überhaupt kaputt? Wie kommen wir denn da hin? Ah. Warum tut er das? Ach, lassen wir den einfach mal machen. Zählt das hier als Sumpf oder nicht? Warum kommen wir da nicht hoch? Wir sind ganz schön langsam. Dann wird das hier wohl als Sumpf zählen. Du schaffst das, los. Nein. Du sollst doch nicht vor einen Baum fahren. So, hier haben wir jetzt wieder Vollgas und da stehen wir gleich wieder auf dem trockenen. Problem gelöst. So. Wer putzt meinen Walrus nachher? Das lassen wir mal Manni machen. Das lassen wir mal Manni machen. Schlamm kann einen ja echt aufregen. Hallo? Du hast sechs Räder. Aber wo ist denn der andere? Das geht glaube ich schneller. Das wäre wirklich haarig geworden. Das gehört jetzt aber alles uns. Ach, der kann das nicht hacken. Ja, hier. Gib Gas. Das geht doch sowas von schief. Mensch, ein paar Tuning-Optionen wären interessant. Da sollten wir beim nächsten Mal vielleicht doch strategisch vorgehen. Na, in letzter Sekunde tot, oder? Nein, hat geklappt. Dann dockt ihr beiden mal wieder an. Die. B. Wow. Halt die Klappe. Hallo, ich bin im Wasser. Mensch. Besorgt das Equip. Komm, gib mal Gas. Kommen wir da überhaupt durch? Jo, passt. Da ist aber nichts, was passt. Drei Stunden später kommen wir dann auch endlich mal an. Und wer baut solche Riesengebäude aber keine Straßen? Selbst das hier zählt als Sumpf. Also, ne. Ah, und das hier auf einmal nicht. Okay. Mein Spritz. Noch ein Walrus. Hallo. Wie kann ich den jetzt mitnehmen? Äh, ja. Ja. Hey, wir haben einen Schluckgerät. Ja, und was ist mit ihm hier? Oh. Oh. Immer mehr neue Spielzeuge für uns. Das macht es nicht. Die Manta. Ja, ich darf das Auto. Ja, ich habe das Auto. Ach, ich habe das Auto. Das Auto. Ich habe das Auto. Was wird da? Was ich noch nicht? Das Auto ist, was ich? Das Auto ist. Das Auto ist? Ich muss noch in den Riesengebäuern. Wiss, Q und Y, ja. Überhaupt keine Tasten, die nicht dazu passen. So, du dockst an dich, nehm mal mit. Ich will aber auch ihn hier. Er hat irgendwas Besonderes. Äh, ja. Vielleicht sollten wir uns den doch nochmal schnappen. Ja, wo war das jetzt? Da ist doch unter uns ein Walrus. Da. Warum kann ich die nicht alle mitnehmen? Ja. Der ist angedockt. Du dockst jetzt auch an. Der ist ja am Arsch der Welt. Blubb, eingelagert. Überall Maschinengewehre hin. Oh, Mann. Der braucht noch 100 Stunden hier. Fahren wir da halt eben wieder selber. Los. Vollgas. So ein Nachbrenner oder sowas. Ich hoffe, das kommt noch. Aber irgendwie ging das jetzt auch ziemlich schnell, die Inseln einzunehmen. da geht's doch bestimmt ins Wasser. Wir sehen unser Schmuckstück. Wir sehen unser Schmuckstück. gefällt mir schon mal nicht. Kannst du es jetzt? Kannst du es jetzt? Ja. Genau. Rein da. Kampfbereit. Diese einen Nachbrenner oder schmilchenden Orten nicht Wерыentwereit. Wir sehen uns Abit врُ300 aus und sein. Um Building und sein. Wir sehen uns. Süße Ein Wakefield. Vielen Dank.